Hallo zusammen. Zurzeit gibt es ganz viele Themen. Afghanistan, Corona, die Flutkatastrophe, aber auch die Schule. Sie beginnt bald wieder. Und für viele ist es so, dass Schule im Moment mit Stress verbunden ist. Homeschooling bedeutet immer wieder, dass viele zu Hause miteinander zu tun haben. Eltern mit Kindern, Kinder untereinander, Kinder mit Lehrern, Lehrerinnen. Es ist viel und es ist anstrengend. Corona macht das Leben nicht leichter. Und dennoch, Schule ist etwas Wichtiges. Schule ist etwas Kostbares. Auf dieser Welt gibt es ganz viele Kinder, die nicht zur Schule gehen können. Gibt es ganz viele Eltern, die sagen, was wäre es schön, wenn unsere Kinder eine Schule besuchen können. Wir können das. Und da können wir dankbar für sein. Und ich wünsche allen, den Kindern, den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern, dass es ein gutes Schuljahr wird. Ein Schuljahr, wo man lernt für das Leben, wo man miteinander lebt, wo man miteinander Freude und Leid teilt. In diesem Sinne alles Gute für das neue Schuljahr. Ihr und euer Frank Haltkamp, Stadttechant in Düsseldorf.